Also ich bin Christopher Pilz, Neon-Redakteur und Reporter, 29 Jahre und habe im vergangenen Herbst, Sommer und Herbst ein Experiment gestartet mit dem Ziel, Influencer auf Instagram zu werden. Dann habe ich einen Account angelegt und halt versucht, mit vielen verschiedenen Strategien relativ schnell Follower zu bekommen und gleichzeitig dann auch Firmen auf mich aufmerksam zu machen. Nachdem ich so eine Schwelle überschritten habe von irgendwie so 200, 300 stagniertes und dann habe ich halt irgendwie versucht, verschiedene Hilfsmittel zu nutzen. Ich habe mir dann im Hintergrund Bots laufen lassen und bezahlt dafür, dass sie aggressiv andere Accounts und die Bilder liken und ihn Followern und sie gleichzeitig wieder entfollowen und habe diese Strategien irgendwie so weit getrieben, bis ich dann halt selbst teilweise manchmal für Tage gesperrt war, weil Instagram gemerkt hat, dass ich zu aggressiv auftrete oder unnatürlich mich verhalte. Ich habe dann irgendwann, glaube ich, bei 800 Followern, als ich da war und unruhig wurde, mich dann dazu entschieden, ich kaufe mir jetzt auch nochmal Follower, 500 Stück, um über diese magische Schwelle von 1000 zu kommen. Dann ging es auf einmal schneller, aber es war nicht möglich ohne die Bots, die die ganze Zeit im Hintergrund liefen und ohne, dass ich halt selbst auch aggressiv auf anderen Profilen war und geliked habe. Ich habe eigentlich jede freie Minute genutzt, jede Kaffeepause, um halt andere Accounts zu liken und wieder zu entfollowen und mein Profil wieder zu schärfen und wieder zu säubern. Dann musste ich ja jeden Tag auch posten, mindestens zwei Bilder allein, das hat irgendwie mich gestresst. Dann habe ich gemerkt, es ist ein verregneter Tag in Hamburg, es ist heute einfach nichts los, mein Leben ist heute einfach langweilig. Dann bin ich halt nochmal losgegangen, wo ist noch ein cooles Café, wo kann ich schnell noch Bilder machen? Manchmal war ich ganze Wochenenden nur unterwegs, um halt ganz viele Bilder am Wochenende zu machen, dass ich Stoff habe für die Woche da drunter. Ich glaube, das möchte jeder. Jeder möchte ein schönes Leben haben, jeder möchte einfach tolles Essen haben, an tolle Orte reisen. Und es wirkt ja so, als wäre das gar keine Arbeit, als wäre es super easy, wenn ich jetzt die Bilder aus meinem Alltag poste und dafür Geld bekomme. Und ich glaube, das ist das eine Motiv, dass man sich so fragt, okay, wenn ich aus meinem Alltag was poste und dafür Geld bekomme, warum soll ich das nicht machen? Ich lebe ja eh in meinem Alltag. Und das Zweite ist, wenn ich dadurch mich ja noch ein bisschen mehr anstrenge und dann die Möglichkeit habe, an Orte zu reisen oder Produkte zu bekommen, die ich sonst nie bekommen würde, warum eigentlich nicht? Wenn jemand Surfen toll findet und dann über Surfen postet, dann ist es ja toll, wenn er mit anderen Surfern in Kontakt kommt, wenn er vielleicht auch noch Produkte zugeschickt bekommt oder eingeladen wird zu reisen irgendwo hin. Und das Gleiche gilt ja dann auch für jemanden, der sich für Restaurants begeistert und fürs Essen. Und man kennt es ja selbst, dass man, wenn man durch die Stadt geht oder durch den Supermarkt oder durch irgendeine Messe und es gibt irgendwo was umsonst, man nimmt immer alles mit. Viele Leute lachen darüber, aber dann heimlich oder so, folgen sie dann halt trotzdem wieder ganz, ganz vielen Leuten, die genau das machen. Ich finde es schwierig, wenn Leute dadurch Produkte empfehlen, die sie selbst nicht gut finden. Also wenn sie jetzt eine Masse an Produkten zugeschickt bekommen und sie sind begeistert von diesem Shampoo oder sie sind begeistert von dem Bier oder von dem Wein oder von dem Fertiggericht oder whatever, dann finde ich es legitim, wenn sie das auch posten. Ich glaube, sie sollten vielleicht kennzeichnen, dass sie es zugeschickt bekommen haben, aber dass sie es trotzdem gut finden. Aber am schwierigsten ist es am Ende, wenn sie einfach dann nur noch die Produkte posten und die Produkte beschreiben, weil sie dafür Geld bekommen und alles dann nicht mehr dahinterstehen. Aber das sind die, die ich sympathisch finde. Ich möchte das Gefühl haben, da ist jemand, der ist ein begeisterter Biertrinker und er sagt mir wirklich, er nennt mir Biersorten, die ich nie kenne. Für die kriegt er kein Geld, für manche kriegt er vielleicht Geld und da möchte ich aber auch ganz klar wissen, in welchen Bereichen kriegt er das Geld und wann nicht. Und es darf einfach nicht so wischiwaschi sein und wenn sie alles toll finden, ich glaube, dann zweifeln irgendwann auch die Leute daran und denken sich so, warum findest du jetzt irgendwie die ganze Produktpalette, die ich im Supermarkt finde, warum findest du davon alles toll? Das kann ja nicht sein. Am Ende ist es ja erst hilfreich, wenn der Influencer mir Hilfe, einen Ratschlag gibt für meinen Alltag.